Und wenn Sie natürlich auch gerne bei unserer Land Rover Experience Tour 2015er Quali mitfahren möchten, das passiert einmal im Nebengelände, alle Informationen erhalten Sie da. Und mit diesem Modell würden Sie dann Ihre Fahrer-Skills unterbeweihtellen, Ihre Offroad-Kenntnisse mit unserem Discovery. Die Fender. Bis zu sechs Leute passen dort rein, also bis zu sechs Beifahrer fast da. Einmal für die Kamera winken, lächeln, sehr schön. Vorbildlich. Und Sie dürfen natürlich auch im Inneren unserer Modelle filmen und fotografieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.